Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo und herzlich willkommen beim Tele-Stammtisch zu der Besprechung der Dokumentation Riefenstahl, die am 31.10. in den Kinos läuft. Wir durften sie schon vorab sehen. Vielen herzlichen Dank für die Screener. Und wer sind wir? Das ist einmal die Lida. Hallo. Hallo. Und ich, der Sven. Hi. Leni Riefenstahl, Visionärin, unpolitisch Rattenfängerin, Mitläuferin. Diese Schlagwörter habe ich sehr oft gelesen. Aber Lida, kannst du uns einen kleinen Einblick in Leni Riefenstahls Leben geben? Ja, Leni Riefenstahl, vielleicht bis heute die international bekannteste deutsche Regisseurin zum Guten und zum Schlechten. Man kann kaum abstreiten, dass ihre Filme viel Einfluss gehabt haben, sowohl auf die Weltgeschichte als auch die filmische. Geboren wurde sie 1902 bei Berlin. Sie wurde volle 101 Jahre alt. Also 2003 ist sie erst in hohem Alter gestorben und war, wie viele ihrer öffentlichen Auftritte auch noch mit 80, 90 und über 90 Jahren belegt haben, bis ins hohe Alter recht fit. Sie hat mit Anfang in ihren frühen 30ern quasi ihre ersten Filme gedreht. Sie ist wirklich voll eingestiegen als Produzentin, Hauptdarstellerin und Regisseurin von Das Blaue Licht. Das war noch ein relativ schlichter Heimatfilm, der noch nicht viel erahnen lässt von dem politischen Hintergrund, den ihre späteren Filme haben. Denn schon durch dieses Werk wurden Hitler und Goebbels auf sie aufmerksam. Sie hat diese Sympathien, die sie auch teilte und diese Förderung, die ihr dazustand von der deutschen Filmwelt, die sich ja gerade sämtlicher nicht politisch konformer Individuen entledigt hatte, also dringend neue Talente, neues Blut brauchte, hat sie voll ausgenutzt und zwei Filme gedreht, die mit ihrem Namen immer verbunden sein werden und die man auch, denke ich, immer kennt. Nämlich Triumph des Willens und Olympia, auch bekannt unter dem Zusatztitel Fest der Völker. Diese beiden Filme haben das Neueste, was damals an filmtechnischer und kameratechnischer Expertise zur Verfügung stand, umgesetzt. Man muss auch sagen, dass Berlin damals noch eine der Filmstädte der Welt war, noch größer als Hollywood zu dem Zeitpunkt oder etwa gleich groß wie Hollywood. Also es gab wirklich international nur wenig, das technisch mithalten konnte und sie hat da Schnittsequenzen gesetzt. Sie hat bestimmte Kameraeinstellungen auch gesetzt, die für die damalige Zeit führend waren, eine ganz neue Dynamik vermittelten, die man so nur selten auf der Leinwand sah. Allerdings stand das alles natürlich vollkommen im Dienste der nationalsozialistischen Ideologie. Man merkt förmlich, wie es da vor Heroismus, vor patriarchalischen Bildern und natürlich auch vor faschistischer Bildoptik nur so trieft. Dann, als nach dem Krieg eben die sogenannte Entnazifizierung losging, da kam von ihr das große Dementi. Sie sei ja immer nur Künstlerin gewesen. Sie habe ja in gar keiner Form irgendwie politisch sich agitieren wollen und sei immer nur auf die Schönheit des Bildes sozusagen ausgewiesen. Sie wurde auch niemals wirklich zur Verantwortung gezogen für ihren propagandistischen Einfluss und hatte dann noch in späteren Jahren eine kleinere Karriere mit einigen weniger beachteten Dokumentarfilmen, die dann aber auch auf sehr fragwürdige Weise in bestimmte rassistische Klischees gegriffen haben und sogenannte anthropologische Perspektiven dann einnahmen. Aber auch da merkt man noch sehr deutlich ihre wirklich nationalistisch-rassistische Prägung. Aber ja, den Großteil ihres Lebens hat sie dann damit verbracht, ihre eigene Biografie schön zu reden und schön zu beschreiben. Und bis heute stehen viele Ereignisse eben in Frage, weil man unterschiedliche Darstellungen von unterschiedlicher Quelle hat. Und dem widmet sich nun der Regisseur Andres Weil mit einer ausführlichen Doku, die auf ein nie dagewesenes Archivmaterial zurückgreifen konnte. Also ihm stand wirklich der ganze Nachlass der Leni Riefenstahl und ihres Lebensgefährten, der sie noch um einige Jahrzehnte überlebt hat, zur Verfügung. Das waren hunderte Kisten, teilweise komplett ungeordnet mit Filmmaterial, Notizen, Tonaufnahmen, Fernsehaufzeichnungen, Fotos und all das ist nun in eine gewaltige Doku von fast zwei Stunden Länge geflossen. Genau, vielen herzlichen Dank. Sandra Maischberger interviewte ja auch Riefenstahl 2002 und war danach sehr, sehr unzufrieden, weil sie nicht auf die Kritikpunkte eingegangen ist. Sie ist wie immer drumherum geschifft und hat auch Sandra Maischberger tatsächlich wohl etwas eingelullt, die dann daraufhin nach dem Tod Riefenstahls auch, wie du schon gesagt hast, sich eingesetzt hat, dass diese Ton- und Filmaufnahmen, die ihm damals, also die da im Besitz von Riefenstahl war, ihr und Andres Weil zur Verfügung gestellt wurden. Man muss auch sagen, dass tatsächlich auch heute noch Riefenstahls Werke wegen ihrer Ästhetik auch gern mal gelobt werden, unter anderem halt auch von Tarantino, George Lucas, Andy Warhol, David Bowie und ich glaube sogar Mick Jagger. Die Dokumentation beleuchtet dieses Leben, diese Zeit, ist mit vielen Interviews bestückt. Am Anfang dachte ich, will man direkt mit dem heißen Eisen starten und zwar, da werden ja direkt ihre Widersprüche aneinandergereiht. Hättest du das am Anfang gleich gesetzt oder hättest du dir das für später aufgehoben? Und wie hat dir so der Aufbau der Dokumentation gefallen? Ich muss sagen, die Doku ist so ein bisschen wie der Nachlass angeblich gewesen ist. Es ist eine Mischung aus Ordnung und Chaos. Ich finde, es ist in Ordnung, hier mit der Kontroverse zu starten, denn die Kontroverse ist ja das, was Riefenstahl neben ihren beiden Nazi-Filmen eben relevant macht bis heute. Und jeder kennt die Kontroverse. Also ich glaube, wenige Leute setzen sich mit Riefenstahl auseinander, ohne schon irgendeine Form von Meinung über sie zu haben. Man kann sich dem ja kaum entwehren. Und je nachdem, wie man sie in der Öffentlichkeit gesehen hat, ist diese Meinung schon irgendwo da. Insofern muss man auch die Kontroverse, denke ich, nicht lange aufschieben, denn darum geht es. Und es ist ja auch wirklich interessant, sich damit zu befassen. Und erst mal, wenn man die Grundzüge ihrer Biografie betrachtet, sieht man ja, dass viele Narrative, etwa des Narrativs, sie sei damals noch eine ganz junge Frau gewesen, die völlig naiv dem Nazi-Regime gegenübergestanden hätte, überhaupt nicht stimmt. Sie war da über 30, also mit 30 ist man noch nicht alt, aber man ist eben auch kein junger Hüpfer mehr, kein Teenager, der nichts von Politik oder der Welt verstünde. Und die Nazis hatten ja zu diesem Zeitpunkt ihren politischen Klanen mehr als deutlich gemacht. Also ich hätte es zwar tatsächlich ein bisschen nach hinten positioniert, wobei für mich dann gerade so am Anfang direkt die Frage aufkam, warum muss ich das jetzt nochmal extra zementieren? Also wenn ich mir die Biografie und auch Interviews anschaue, wie sie über den Nationalsozialismus redet, wie sie über gewisse Leute redet. Sie sagt ja auch zum Beispiel Dr. Goebbels und da schwingt dann auch schon so ein bisschen Ehrfurcht mit. Ich meine, du nimmst ja diesen, also dass sie seinen Titel mitnimmt, da dachte ich schon, naja gut, das ist schon fast so ein Wink mit dem Zaunpfahl. Und wenn sie da natürlich auch voller Freude, das macht sie auch in mehreren Interviews, erzählt, dass sie und Hitler sich unterhalten haben und sie gesagt haben, ja sie wollte Olympia an seinem Geburtstag zeigen und erzählt es voller Freude und voller Spaß. Und dann hat Hitler gesagt, ja ich habe doch da so viele Interviews und bin doch da die ganze Zeit unterwegs, ach nö, dann könnte man Kinoabend draus machen. Für mich ist damit im Endeffekt wirklich alles schon gesagt. Und der Begriff, der ja sehr häufig fällt, ist diese NS-Ästhetik und die trifft es für mich auch voll und ganz. Also diese ganzen Interviews, die man auch sieht, ich habe mit mir im Laufe der Zeit jetzt auch mal noch die, je später der Abend, Talkshow reingezogen von 76, die findet man übrigens auf YouTube, die ist sehr interessant. Die wird auch gleich am Anfang gezeigt, wo es da mit Riefenstahl und einer Dame nebendran, die beide im gleichen Alter sind, aber beide unterschiedliche Auffassungen vom Nationalsozialismus haben. Ich finde, da kristallisiert sich das schon absolut heraus, was für eine Gesinnung sie hat. Absolut. Man kann das wirklich nicht verleugnen, dass sie da nicht nur mit sehr, sehr vielen Nazi-Größen kokettiert und sympathisiert und sich alliert hat, solange es ihr jedenfalls nützte. Und das war ja die meiste Zeit der Fall, sondern dass sie auch Skrupulos, zum Beispiel Zwangsarbeitende und Kriegsgefangene, in ihren Filmen entweder eingesetzt hat oder ausgeblendet hat. Also wenn zum Beispiel irgendwo gedreht werden sollte, wo dann Zwangsarbeitende oder Kriegsgefangene zu sehen waren, dass sie dann gezielt das gesehen hat und nicht wollte, dass es dann vor der Kamera zu sehen sei, weil es die schöne Filmästhetik störte. Also da sieht man wirklich, wie unmenschlich und barbarisch ihre eigenen Prinzipien auch fokussiert waren. Und man merkt es eben, wie du richtig sagst, wenn man sie reden hört, dass sie diesen Nazi-Jargon, diese Sprache bis zuletzt drauf hatte. Und gerade was du sagst, der Doktortitel, auf den ja auch Goebbels selbst seit seines Lebens immer solchen Wert gelegt hat. Es war ja sogar schon fast eine Art Insider-Gag, dass wenn andere Nazi-Größen gegen Goebbels sticheln wollten, dann haben sie einfach seinen Doktor weggelassen, weil sie wussten, der regt sich da furchtbar auf. Und er hat selber angeblich auch so ziemlich jedes Dokument und jede Signatur immer mit Dr. Goebbels gesetzt. Also das war so eine Art Ehrenstreit für ihn. Und dass sie das immer sagt, drückt ja auch eine Art von Sympathie aus oder eine Art Freundschaftsverhältnis. Auch wie sie dann mit einem gewissen Stolz zum Beispiel davon erzählt, wie Goebbels, der ja für seine ganzen Frauenaffären mit diversen Schauspielerinnen und Kunstschaffenden und Gesellschaftsdamen bekannt war, wie er ihr den Hof gemacht hätte als junge Frau. Und man eindeutig merkt, da schwingt auch der Stolz mit, wie attraktiv, wie schön, wie begehrlich sie denn gewesen sei. Das ist wirklich ganz, ganz unangenehm. Und natürlich, was die Doku aber auch leistet, die zeigt nicht nur ganz konkret die Nazi-Ideologie Leni Riefenstahl, sondern zeigt auch, wie sie systematisch lügt und an einer Stelle Dinge sagt, die sie an anderer Stelle wieder anders darstellt. Oder wie hier wirklich Dokumente zeigen, hier sind die Fakten, hier sind die Daten und sie dann in einer Talkshow sitzt und das komplett abstreitet oder etwas komplett anderes darlegt. Also, dass man wirklich sieht, diese Frau lügt wie gedruckt und tut das mit großer Fähigkeit, aber auch mit gutem Bewusstsein. Denn man sieht, sie war geistig wach, auch im Alter, auch als sie 60, 70 war. Sie war nicht irgendwie so eine betüdelte alte Frau, die nicht mehr wirklich weiß, was vor 30 Jahren passiert ist, sondern sie gibt sich wirklich Mühe, das in ihren eigenen Roman sozusagen zu schreiben. Ihre eigene Fantasiebiografie, in der sie dann auch mehr Opfer als Täterin ist. Genau. Ja, das wäre so der nächste Punkt gewesen. Das ist mir auch ganz oft aufgefallen, so diese Täter-Opfer-Umkehr. Also, ja, und ihr ging es auch schlecht und sie hat Gewalt erfahren. Sie hat auch dann einfach ins Wasser geworfen zum Schwimmen und sie ist dann untergegangen und ist ja auch so schlecht. Das sind Punkte, wo ich mir auch gedacht habe, oh, gute Frau. Also, naja, also das mit dem Leid, das der Nationalsozialismus verursacht hat, gleichzustellen, ist halt schon bitter. Und sie wird auch immer relativ schnell pumpig, wenn man sie in eine Ecke treibt und bricht auch gern Interviews ab. Das merkt man auch ganz oft. Immer, wenn es nicht nach ihrer, also wenn sie nicht ihren Willen bekommt, wenn es nicht nach ihrem System, wie sie sich das zurechtgelegt hat, geht und die Fragen sich nicht in einem bestimmten Muster, das sie vorher offenbar dann abgesprochen hat, bewegen. Und gerade wir von der Presse oder der Filmpresse, sage ich jetzt mal, wir wissen, dass ja, dass es nicht selten so ist, dass Fragen vor einem Interview abgestimmt werden müssen, dass es auch manchmal ganz konkrete Einschränkungen gibt. Dazu darf nicht gefragt werden, dazu darf nicht gefragt werden, dazu darf nicht gefragt werden. Und es ja heute, und ich nehme an, das war vor 30, 40 Jahren nicht anders, das ja immer noch so ist, dass Interviews dann freigegeben werden müssen. Das heißt, das Interview darf nicht veröffentlicht werden, es sei denn, und das wäre die einzige Ausnahme, es besteht ein allgemeines öffentliches Interesse an dem Inhalt. Also es ist halt wirklich, man beobachtet sie 115 Minuten lang, wie so eine Schlange, die sich um alles versucht irgendwie herumzuwinden. Und ja, stellt halt natürlich vieles falsch dar, wie du ja auch schon gesagt hast, mit den Filmkomparsen, die sie dann für... Tiefland? War das Tiefland? Genau, die sie für Tiefland dann benutzt hat und dann mit ihnen auch Fotos gemacht hat, wo es dir wirklich eiskalt den Buckel runterläuft. Und dann noch sagt, ja, sie haben sie Jahre später, haben sie wieder gesehen und denen geht es alle ganz gut. Und du bekommst einfach ein Schrittstück gezeigt, das viele von diesen Menschen einfach in Auschwitz ermordet. Ja, vergast oder ermordet wurden. Also ermordet auf jeden Fall, vergast oder erschossen oder eben auch an den schlechten Lebensbedingungen dort zugrunde gegangen sind. Und daran merkt man eben auch, also wenn sie dann einfach so sagt, ach, denen geht es doch gut oder auch was du erwähnt hast, dass sie bestimmte unangenehme Familienerlebnisse damit gleichstellt mit dem ganzen Leid, was den Menschen während des Holocaust, also diesem systematischen Massenmord, der da geschehen ist, ja, dieses unglaubliche Verbrechen der Menschheit und dass sie das damit irgendwie gleichsetzt, oh, ich bin mal als Kind ins Wasser geschubst worden. Oder wenn sie so eine bestimmte Anekdote, die vielleicht wahr war, vielleicht auch nicht, immer wieder erzählt, dass sie von einer Nazi-Parteigröße mal vergewaltigt worden sei. Selbst wenn es jetzt so gewesen ist, was durchaus möglich ist, hebt das eben nicht ihre eigene Schuld auf. Man kann ein Opfer in einem Fall gewesen sein, aber das heißt nicht, dass es einen von jeglicher politischer und gesellschaftlicher Verantwortung und Verpflichtung freispricht. Das stimmt. Kommen wir doch mal zu den Filmen. Hast du welche von ihr gesehen? Ja, ich habe die drei ersten gesehen, nämlich das Blaue Licht, das war ihr Debüt, dann den Olympia und den Triumph des Willens und später auch mal in Ausschnitten Tiefland. Und ich habe einige Teile ihrer späteren sogenannten anthologischen Dokus gemacht. Sie ist ja dann zum Volk der Nuba mehrfach gereist und hat dort Dokumentaraufnahmen gemacht, aber keiner dieser Filme ist sonderlich, also ist zu Recht sonderlich bekannt oder berühmt geworden. Also ich habe auch Triumph des Willens Olympia nur eine halbe Stunde, das war mir dann irgendwann zu viel, gesehen. Und wie haben die auf dich gewirkt? Ist es so, dass du das, könntest du das trennen von der Person und von dem, was dahinter steht? Es ist untrennbar damit verbund. Das sind ja Propagandafilme. Also man kann die Propaganda aus einem Propagandafilm eben nicht rausnehmen. Und das ist ja gerade das Perfide dieser Filme, dass sie das so ganz auf eine noch fast dokumentarische Weise vermitteln. Aber diese ganze Ästhetik, die da eben gezeigt wird, heroisierend und verklärend ist und eben nicht mehr neutral dokumentarisch. Und ich denke, dass eben das eine große Stärke dieser Doku auch sein kann, dass sie zeigt, dass diese Trennung von Kunstschaffenden und Kunst, die immer kolportiert wird, zum einen a, gar nicht wirklich möglich ist, denn Künstler oder Künstlerinnen und das Kunstwerk sind nun mal verbunden. Und b, dass es gefährlich ist, dass es auch ideologisch gefährlich ist, weil man sich so nämlich bewusst Scheuklappen aufsetzt. Es führt also nicht, wie oft behauptet wird, zu einer objektiveren Betrachtung eines Werks. Es führt im Gegenteil zu einer unilateralen Betrachtung eines Werks, weil man kritische Punkte ganz systematisch ausblendet und sagt, das und das und das will ich nicht sehen. Das soll nicht in die Betrachtung dieses Werkes mit einbezogen werden. Aber gerade in dem Fall sieht man, das muss mit einbezogen werden, weil es eben auch auf der Leinwand ist. Es wabbert nicht irgendwo hinten im Raum herum. Es ist nichts, was irgendjemand in der Schublade hat. Es ist da im Kino. Also ich kannte es auch nicht kennen und habe mir das auch angeguckt und dachte, gerade so bei dieser Reichsparteitagriologie, das ist bewusst von ihr so in Szene gesetzt. Und natürlich werden jetzt viele sagen, ja, die musste vielleicht. Nein, musste sie nicht, weil sie hat sich nämlich Hitler angebiedert und hat gesagt, hier, ich bin eine Regisseurin. Er erkannte ihren Film, Das Blaue Licht, und wollte sie auch kennenlernen. Aber sie hat ja oft dahin gedrängt, in diese Richtung zu gehen. Das fand ich auch ganz interessant, so dieser Brückenschlag zur heutigen Zeit. Weil ja auch gern über Social Media, Kurzfilme, die ja auch teilweise jetzt nicht genauso in diese Richtung gehen, aber halt auch einfach als Propaganda, als kurze Propagandashorts wirklich hervorragend funktionieren. Ja, ich würde auch unbedingt Leuten, nicht nur denen, die sich für Filmgeschichte interessieren, ans Herz legen, diese Filme sich anzugucken, weil man dann, wie du eben sagst, auch moderne oder zeitgenössische Propaganda wesentlich besser identifizieren kann. Weil man auf einmal sieht, woher kommt eigentlich diese Ästhetik, die man sonst vielleicht nicht irgendwie besonders politisch überhaupt einordnen würde. Und wer hat sie begründet? Oder auch, welche Mechanismen führen dazu, wie jemand auf der Leinwand wirkt? Ob jemand zum Beispiel eben mächtig oder schwach wirkt, ob jemand als Führungsposition wahrgenommen wird oder mehr als kleines Rädchen im Getriebe. All diese Dinge eben, ob jemand subjektiv oder als Objekt auf der Kamera erscheint, das sind eben nicht einfach nur Zufälle oder durch die natürliche Konstellation der Dinge gegeben, sondern jedes Bild ist wirklich eine Inszenierung. Und wie du auch schon sagtest, sie hat diese Position gesucht, denn das könnt ihr einem auch glauben. In der damaligen Filmindustrie ist man als Frau nicht weit gekommen, wenn man nicht mit aller Macht dafür gekämpft hat. Das ist eben, sie hat sich durchgesetzt in einer Männerbranche. Das kann man ihr nicht nehmen. Aber das zeigt eben auch, sie wollte das wirklich, wie du es eben schon gesagt hast. Das ist kein Posten, der irgendwem in den Schoß gefallen wäre und einer jungen Frau am allerwenigsten. Richtig, gerade weil sie ja auch eigentlich in dieser männerdominierten Nazi-Hierarchie ja eigentlich eher zu Hause bleiben sollte und Kinder kriegen und im Haushalt ihre Tätigkeit vollrichten sollte. Und da hebt sie sich wirklich ab und lebt ihr Leben und macht das, was sie möchte. Gab es für dich irgendwas Neues bei dem unveröffentlichten Material? Es gab einige Dinge, die ich so noch nicht kannte, die für mich sehr spannend waren und auch wirklich für mich persönlich zu den enthüllendsten und ja auch beklemmendsten Momenten des Films zählen, nämlich die Anrufe, die sie noch bis ins hohe Alter von Fans, von Verehrern, von Fürsprechern kam. Offensichtlich klingelte da nach jedem Talkshow-Auftritt das Telefon, aber nicht etwa, weil da empörte Leute sie als Nazi beschimpft hätten, sondern nein, weil ihr da Zuspruch gegeben wurde. Oder es gibt einen Moment, wo sie sagt, wie schwer es doch für die Deutschen gewesen sein, die ja gar nichts gewusst hätten vom Nazi-Regime, denn nach Kriegsende als Mitwisser beschuldigt worden zu sein. Und in diesem Moment geht durch dieses BRD-Publikum eine Applauswelle. Und das ist richtig unheimlich, weil man eben wirklich sieht, sie steht damit nicht alleine da. Da ist ein breiter rechtsgerichteter oder apologetischer gesellschaftlicher Hintergrund entweder von Leuten, die vollkommen mit ihr sympathisieren und dann auch im Telefonat, sobald sie dann das Gefühl haben, oh, niemand hört mit, wir sind unter uns, da keine Sorge haben von irgendwie rechten Parolen, sich zu äußern. Oder eben auch so eine unterbewusste, so eine Einstellung so, na, das hört man ja heute auch noch so, das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Diese Mentalität, dieses latente Rechtskonservative, was sich aber natürlich vollkommen dagegen verwehrt, als Nazi bezeichnet zu werden. Das haben wir ja heute andauernd. Ja, das ist, also es waren tatsächlich einige Aspekte, die ich nicht wusste. Ich wusste von ihrer Zeit danach, wo sie dann als im Sudan auch gedreht hat, das auch sehr unangenehm zu schauen war, weil sie sich da auch als die große, starke, weiße Frau, die jetzt den armen, wilden hier mal ein bisschen Kultur und alles beibringt, inszeniert hat und halt auch gerne die Einheimischen positioniert hat und auch sehr, also wirklich sehr, ja, mit Nachdruck. Also du siehst schon, die ruckelt dann an den Leuten rum und du stellst jetzt da hin und du machst jetzt das und du machst dies. Und hat dann auch gesagt, es wäre ganz nett, wenn die auch ein bisschen Kultur bekommen würden, so Stück für Stück, wo du dir halt auch denkst, oh Gottes Willen. Ja, absolut. Man merkt an diesen Filmen eben absolut, also vollkommen, wie tief dieses Ideal des Herrenmenschen, dass die Überzeugung von der eigenen Überlegenheit als weiße Europäerin da in ihr drin steckt, dass sie wirklich die dort heimischen Menschen einfach nur als Objekte vor der Kamera sieht und irgendwie als, ja wirklich wie Haustiere oft behandelt. So nach dem Motto, oh, die sind ja ganz putzig, aber stehen ja so weit unter mir, wie man ein Hündchen herumführt und das wirklich widerlich auch anzusehen ist. Und man deswegen eben auch versteht, dass zu der damaligen Zeit an ihrem dokumentarischen Material, dass sie das nicht weiter groß filmisch im Kino oder im Fernsehen auch nur an den Mann bringen konnte. Weil ich mir gut vorstellen kann, wenn Fernsehproduzenten sich sowas ansehen, dass selbst in den 80ern und 90ern gesagt wurde, das können wir dem Publikum nicht so nicht geben, dass das geht einfach nicht. Zumal da ja auch, dass der dokumentarische Wert quasi nicht mehr vorhanden war. Es bezieht sich ja wirklich dann darauf, dass sie sich da quasi selber als so eine Art weiße Göttin inszeniert. Und das ist zufällig dann auch eine Rolle, die ihrer allerersten Filmrolle nämlich in das blaue Licht sehr ähnlich kommt. Sie hat sich ja selber gerne als so diese Auserwählte, die mit dem die besonders Naturverbundene inszeniert. Und das ist eben auch so eine Seite ihrer perfiden Persönlichkeit, aber auch ein gewisses Talent, das sie hatte. Sie hat immer bis zuletzt die Kamera im Hinterkopf gehabt. Man sieht sie kaum je irgendwie agieren und hat das Gefühl, hier ist sie völlig unbewusst oder frei, sondern alles wirkt immer wie eine ganz bewusste Performance. Ja, und vor allen Dingen sagt sie dann auch später noch, ja, sie hat ja in das Volk gar nicht so arg eingegriffen, also in ihren Lebensalltag, sondern sie hat es ja von Weitem gefilmt. Und du siehst sie, wie sie mittendrin rumspringt und inszeniert Ringkämpfe. Und das ist alles nicht so ohne. Die Doku geht 115 Minuten, war sie dir zu lang? Nein, die Zeit ging für mich relativ schnell rum. Ja, das ging mir genauso. Ist sie dann für Einsteiger geeignet oder würdest du sagen, guckt euch eher erstmal andere Dokumentationen an, bevor ihr zu dieser kommt? Ich denke, dass die Doku durchaus Einsteigern eine gute Basis bietet. Ich persönlich würde immer sagen, dass der beste Ansatzpunkt, um sich mit einem Thema auseinanderzusetzen, das Rohmaterial ist. Ich würde sagen, ideal ist immer erstmal die Filme von ihr selbst zu gucken, dann die Dokus. Ja, sich erstmal sein eigenes Bild machen und dann recherchieren. Genau. Im Grunde genommen wärst es eigentlich schon, außer du hast noch irgendwas. Nein, wir können gerne zum Fazit übergehen. Dann schieß los. Ja, Riefenstahl, eine sehr monumentale, sehr ausführliche Doku, die auch denen, die sich ausführlich mit dieser Biografie beschäftigt haben, noch neues Material zeigen kann und noch neue Facetten, auch die wir nicht so gesehen haben. Das macht das Ganze schon spannend. Man muss hier dem Regisseur auch hoch anrechnen, dass er sich wirklich bemüht, neutral an diese Figur heranzugehen. Es ist nicht einfach nur ein Herunterreißen oder Schmähen der Leni Riefenstahl, sondern er wird wirklich eine Biografie konstruiert, die aber sich hier auch in voller Düsterkeit enthüllt. Denn man kann eben oder sollte auch nicht diese Frau freistrechen oder ihr toxisches Erbe irgendwie schön färben. Also eine Doku, die wirklich die Kraft des Films im Guten wie im Schlechten aufzeigt und wirklich ihre Stärke findet, wenn sie die Waffen der Leni Riefenstahl, die ja immer die filmischen Mittel waren, auch gegen sie selbst einsetzt und sie dadurch demaskiert und enthüllt als der Mensch, der sie nun mal war. Und ich denke, es ist für uns auch eine Erinnerung daran, nicht nur, dass faschistische Sympathien nicht einfach aus der Bevölkerung verschwinden. Es gibt keine Entnazifizierung oder dergleichen, sondern auch dieses Risiko, das viele Filme bis heute noch haben. Denn diese Debatte davon, wie bewertet man Filme von Menschen, die bestimmte Verbrechen begangen haben oder Verbrechen angeklagt werden, dass es da sehr gefährlich ist, einfach nur in eine Apologie zu verfallen und zu sagen, entweder, oh, das sind Künstler, der Künstler oder die Künstlerin darf alles. Oder umgekehrt, dieser oder jene Film oder dieses Werk ist völlig unbedenklich, denn man muss ja die Person im Privaten und das Werk trennen. Das ist eben gar nicht immer möglich. Also mir hat sie auch sehr gut gefallen. Ich fand sie sehr spannend. Es gab einige Aspekte, die ich nicht wusste. Einiges war mir persönlich klar, einfach von ihren Interviews vorher. Ich finde, das Thema ist gerade so in der heutigen Social-Media-Zeit wieder sehr wichtig. Und das sollte man sich auf jeden Fall ins Gewissen rufen. Für Einsteiger absolut geeignet, weil hier alle Facetten gezeigt werden. Aber es läuft einem schon mal eiskalt den Rücken runter, wenn man da ein eiskaltes Lächeln sieht und dann gewisse Worte dazu hört. Das reibt einem schon das Grauen den Rücken herunter. Wichtig, informativ und ja, es ist keine Abrechnung, wie man jetzt vielleicht denken könnte. Angucken lohnt sich. Ist auf jeden Fall eine sehr gute Dokumentation. Das war's von uns. Folgt uns überall, wo es Likes gibt. Kommt auf unseren Discord-Server. Da gibt's alles, was das Herz begehrt. Ich sag schon mal Ciao und vielen Dank fürs Zuhören. Und dann darf die Lieder... Ich sage vielen Dank und verabschiede mich. Bleibt wach, Leute. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.